Moin, hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es mal wieder ein bisschen COD. Ich habe es glaube ich schon jetzt drei Wochen oder so nicht mehr gespielt. Bin auch gar nicht mehr richtig fit drin. Ich weiß gar nicht mehr, welche Tast ich drücken muss. Aber wir gehen heute mal mit der Fennec ins Fennec. Bügelsäge, das ist glaube ich so ein Blueprint, den ich etwas motiviert... ...etwas modifiziert habe. Dafür brauchte ich nur... ...Nägel, ein ganzes Paket, eine Wasserpistole, eine Norweger, eine Trendscode, ein Urhaftbefehl und ein kleines Pustekissen. ...das Magazin rausgenommen. Es hatte bloß Bürst, Fire und so ein dämliches Scope. Das habe ich auch durch das Lone Wolf ersetzt. Mal sehen, was es bringt. Ansonsten kann ich mit dem Ding glaube ich noch nicht so viel machen, weil ich es erst auf Stufe 3 habe. Oh hier, die Pistole. Geil. So liegt es sich auch bequem im Waffenkoffer. Ah, jetzt. Das ist doof. Warum können die das nicht so machen? Wollen wir ein bisschen lauter machen hier? Ich höre ja gar nichts. Man hört ja sein eigenes Wort nicht. Boah, ich bin völlig raus. Oh ja. Oh ja. Wieso habe ich ihn denn nicht gesehen? Drei Teufels Fick Namen. Was, da hat er den Teufel dabei? Nein! Nein! Da war die Knarre leer! Aua, ey, du blöder Hund. Er hat mich durchbenatzt. O Tarafee! OHzee! Osti! 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 Ist der Tod oder was? Was erhoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Scheiße, jetzt habe ich es zu spät gesehen. Ich habe getrievt. Rache! Dann schimmelt er da hinten rum. Ey, möchte ja auch sein, Mario. Oh, nicht einen umgelegt. Oh, du elender Waschlappen. Du fauler, dicker Fettsack. Kann man dich überhaupt nichts alleine machen lassen? Bist du denn so nicht zu gebrauchen, nur dummes Schwein? Oh, wie er hinter seiner Ecke sitzt, Alter. Ihm soll doch der Sack abfallen. Jetzt, jetzt. Crown Raceway. Ist das eigentlich die Rennstrecke der... ...des Adels, oder was? Und nur, wenn du eine Krone auf dem Schädel hast, darfst du hier ein Auto bewegen. Oh, ist meine Ärmel hochkrempeln, Junge. Jetzt geht's los. Was ist das Schloss, Alter? Stellung, oder was? Stellung. Stellung. Presst das auf sich aus, Junge. Scheiße. Der blöde Hund. Ey, hoch hier. Wo ist die Stellung? Da hinten. Uh, springen ist nicht immer gesund für den Körper. Muss erstmal auch mit dem Maps wieder klarkommen hier. Guck mal, die Typen mit ihrem Schild auf dem Buckel, Alter. Ist das jetzt hier der neueste Schrei? Der letzte Schrei? Oh, ich krieg ja kein Bein auf die Erde, Alter. Willst du mich verarschen, oder was? Nachladen dauert er aber auch ein bisschen, oder? Doppelabschluss, die brauche ich später. Wo schmeiße ich denn das Ding hin? Lalalala. Die haut zwar übelst raus, aber irgendwie sitzt das Handling noch nicht so. Runter. Sehr schön. Den Hund habe ich erschossen. Oh, Munition. Ach, nein. Was ist das? Was ist das? Däubungsgranate. Feinde innerhalb deiner Mutter, Junge. Muss erst mal auch wieder Auge bekommen hier für COD. Ey, gerade, gerade als ich hier die scheiß Munition rauskreppen wollte. Ich kann nicht mehr, ihr Blutsauger. Oh, komm, Alter. Er steht hinter der verfickten Tür, Junge. Ich lasse mich von der Pistole umlegen. Du jämmerlicher Anfänger. Du bescheuerter Dröckel. Du bist ja feuergefährlich blöd. Oh, generaischen. Oh, generaischen. Natürlich. Keine Munition mehr! Komm, mach hin! Mach hin! Krone raus! Alter, da habe ich immer Glück als Verstand gehabt. Nimm mal deinen dicken Rücken aus dem Bild. Scheiße, da habe ich immer tausend Dinger in die Wand geballert, Alter. Ey, der haben da Pistole, Alter. Der ist aber nicht übel, Alter. Der hat es drauf. Kann man nicht meckern. Kanada. Was ist das von uns? Nein, ein Assist. Wo ist er hin? So, nicht mit mir. Oh, eine 1er-Karte. Oh, wow, wow. 21 sind wir doch verreckt. Und ich war noch nicht mal der, der am wenigsten in der Stellung war. Ha! Krass. Wie wenig waren denn die anderen dann aktiv? Hä? Ich habe doch gerade einen Token bekommen. Wo ist denn das hin? Sie sind nicht da. Da stand doch da eins. Das wollte ich jetzt ausgeben. Dafür. Es ist nicht da. Es ist nicht da. Albakra. Festung, Junge. Scheißt ja nicht ins Hemd. Mit euren drecksgoldenen Waffen wollt ihr flexen, was? Diese Schuhe. Das sind die Schuhe. Die sind locker teurer als der Jahreslohn eurer Eltern. Hat. Nein. Wie? Was? Ja, ist klar, Junge. Deine Mutter. Deine Mutter auch, Alter. Alter, mit der letzten Kugel habe ich nochmal richtig umgerissen. Ein Wichser, sagt man sowas? Ja. Wie geil. Weißt du was, Bernie? Das mache ich jetzt auch. Hi! Wichser! Er hängt im Stroh, Alter. Er hängt im Stroh. Junge, mach doch sowas nicht. Ich wollte mich ducken. Ducken! Ja! Du Trottel! Mit Mama in den Kampf. Mit Mama in den Kampf. Was? Ey, willst du mich doch verarschen, Alter? Zieh doch mal rum! Zieh doch mal rum! Eher diese Fackel rausschmeißt, Junge! Da ist meine Oma von den Toten. wieder auferstanden! Das gibt's doch gar nicht! Oh, da sitzt die Ratte hinter dieser Scheiße! Jetzt muss ich ihn ins Sack abreißen und stopf ihm seine fetten Eier ins Maul! Komm, leck mich doch, Alter! Du willst mich doch verarschen! Nein! Du hast doch Schwindsucht! Nein! Wird zur Tür reingegangen! Er kam mit der Tür ins Haus, Junge! Jetzt kann ich wieder von hier hinten loslatschen! Leck mich doch! Ja, mein Junge, warte! Ich hole die Marke ab! Mist, ist die... Och, Mann! Habe ich die scheiß Marke bloß liegen lassen, Alter! Aua, Aua, Aua! Woher denn? Bei den Titten deiner Großmutter hast du das gesehen? Einen von diesen Leuchtaffen habe ich aber in den Haufen geschossen. Wo bin ich? Wo bin ich? Hier hinten. Wir haben es doch gesehen, in der letzten Runde hatte ich keinen Token, aber der Balken war ein bisschen hinter. Eben, ich habe es leider wieder nicht aufgenommen, fängt der Balken jetzt wieder von vorn an. Wo ist mein Token hin? Weisheit Virus in bloß! Hier 5 auf 1. Vielen Dank.